herzlich willkommen und zurück zu let's play wo w ja ihr seht es das abenteuer geht weiter ich muss euch leider gestehen es ist eine aufnahme flirten gegangen ich weiß nicht warum ich sie hat auf jeden fall nicht aufgenommen ich weiß nicht warum ich kann es nicht sagen ich kann euch nur sagen was passiert ist wir haben eine zusatzaufgabe erledigt wir haben den herren der lüfte befreit grongt einen großen teelsaune t-rex in einer goldrüstung sieht echt nett aus den haben wir befreit ansonsten haben wir hier noch gerade ein zusatzboss so einen kleinen so einen rahmob getötet ansonsten haben wir nicht viel gemacht in der folge die war auch nur 15 minuten lang also ihr habt nicht viel verpasst ich weiß nicht warum sich aufgenommen hat es regt mich gerade selber auf aber mensch man macht jeder macht mal fehler wir sind auch nur menschen und ja ihr werdet es mir wahrscheinlich verzeihen und dann sagen ja okay die technik war es ich weiß nicht ich habe die aufnahme sicher sicherlich habe ich mir habe ich die aufnahme darüber ich habe den falschen gedrückt ich bin mir jetzt selbst jetzt auch nicht noch mal sicher ob der aufnehmen aber ich glaube schon dass der aufnehmen was das denn für einer fliegt uns bestimmt wohin da wollen wir aber nicht so wir wollen hat wir wollen die aufgabe abgeben dann müssen wir bestimmt dazu hier irgendwo hoch das kraut nehmen wir noch mal mit nicht so weiter ran nicht dass wir runterfallen und wo müssen wir denn lang irgendwo müssen wir hier vorne hoch hier geht schon hoch aber wollen wir mal gucken was wir hier erledigen müssen ein kleines dorf so mit postkasten menschen können wir sogar post verschicken tödlich könig hier genau den kollegen haben wir auch vorhin geholfen der wollte ja genau in das dorf hier ist hier sonst wo ist denn das das ist da ist dahinter okay wenn wir einfach mal hier hinter lang okay das haben wir special mäßig geschafft so jetzt können wir auch mal zu dir bist du für einer flip flop ok aber haben wir hier nicht den könig schon getötet hier machen wir doch auch okay noch mal was halt nochmal ich bin der meinung wir haben uns hier schon mal durch geschmützelt man muss weiter anvisieren weiter geht so nach kommen wir monten mal auf und laufen mal durch hier müssen wir auch was erledigen also gut dann auch mal nicht durch sowas müssen wir hier wir scannen ok ist gescannt haben wir da jetzt drauf gestellt wo man nun mal so da hinten ist das nächste ach ich muss mich noch kurz hier richtig hinter sich gerade ein bisschen runterrutscht mir läuft gerade schweiß vom rücken weil es mich nervt dass die aufnahme nicht da ist man 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 ich hoffe dass die aufgabe aufnahme nicht aufgabe klappt wir werden sehen ich glaube es hat damit zu tun wo ich das handy reingesteckt habe zum laden das hat er sich aufgenommen oder kann das programm geöffnet hatte wir sehen es gleich ich hoffe er nimmt diese aufnahme auf ich hoffe es inständig es tut mir auf jeden fall leid also wir haben keine aufnahme die entfällt wir machen weiter ist ihr seht die nächsten aufnahmen kommen direkt wir haben keinen also wird also es fällt keine auf keine aufnahme fällt aus keine folge aber es fehlt halt hier dass das ich bin ich weiß für euch ist das nervig für mich ist das nervig hier man erst mal schnell kloppen genau da war mal vorhin schon mal aber jetzt haben wir eine weitere aufgabe hier ich muss zuerst etwas anvisieren wir hatten noch vorhin glaube ich noch nicht ich habe kein ziel das wäre schön gewesen hätten müssten wir sind nicht alle jetzt noch mal doppelt killen egal kriegt erfahrungspunkte das läuft auch gerade ob das können wir auch wieder einschmeißen ich brauche ein ziel dann gehen kann auch noch mal wieder reaktivieren ich muss zuerst etwas an sie sich der haben so der nächste da hinten ist der nächste ok dass den nehmen wir töten müssen den braucht man nicht wo 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 war noch ein bisschen viel das müssen wir ich habe ein nachhinein oder gehen das doch so viel sind dann können wir nicht hin und her springen ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel sehr schön können wir so waren so echt dann sitzen sie im wasser und baden die alten gorillas und erledigt hier ist ein kraut auch ganz unsichtbar und jetzt müssen wir noch den könig wieder besiegen das bestimmt hier oben laufen wir jetzt durch und stellen uns wieder tot was er denn könig jumbo in der höhle aber erstmal werden wir uns den schatz holen eine aufgabe bildet euch bei pestrufer sehr schön da wären wir als nächstes dann noch mal zum testrufer 500 wie heißt das ganz genau wartet mal acerine fragmente ok sehr schön das könig du bist jetzt dran wo ich muss gleich ließen und tschuldigung 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 muss das echt glaubt für euch gewesen sein ihr seid bestimmt gerade alle ungekippt so haben wir besiegt das sieht aber auch ein bisschen gruselig aus ich will hier weg irgendwas stimmt nicht mit den gorillas hier irgendwas stimmt mit denen nicht so mountain war auf wenn wir gleich durchlaufen die aufgabe abgeben würde ich sagen falls uns nicht ab mountain brauchen uns ja nicht immer hier die ganze zeit durchschlagen so was haben wir denn hier so da hatten da oder für sieg über die für den sieg über spielcharakter der allianz seite die sechs wozehn nach zehn ok wisst ihr bescheid sind die schon wieder alle hier auf mountain und weiterlaufen was ist denn hier hier schon wieder was das ist zu weit entfernt wir werden langsam aus bisschen goldig ne unser kleiner gold paladin paladin unser gold pandare und so wollte ich sagen nicht gold panda tschuldigung paladin das ist schon auch ein geiles rüstung set so hier geht es noch nicht hoch müssen wir einfach noch mal rum hier ist auch noch mal was schönes sagt ich nehme auch noch mal mit wir sind auch mittlerweile 112 das war beleuchtende aufnahme noch zu sehen so und da können wir da die aufgabe abgeben schönen guten tag hier sind wir wieder herr goblin ja ja hör zu meine kameraden und ich bin auf den krieg aus da kommt ja noch was nach dem dialog ich glaube nicht so dann würde ich sagen hier gibt es keine flugpunkte werden in den ruhestein und dann werden wir uns mal zu pestrufer begeben mal gucken was er als nächstes von uns will zeit für krieg heißt die aufgabe die quest mal gucken so aufmauten das ist sehr schön hier gibt es eine aufgabe eine aufgabe aufgabe zum kopf mit uns ich bin es ist der tauren cup spricht mit allen sprechen wo ist denn eigentlich sylvanas wo treibt die sich eigentlich rum so der flugpunkt war da achte erst gleich hier wenn ihr rauskommt ok ab zum hafen haben wir sogar noch eine weitere aufgabe abzugeben das ist sehr schön ja es geht voran wir haben glaube ich anderthalb level schon wieder geschafft mit 111 war ich glaube da waren auch nicht wirklich so weit mit dem level aber jetzt sind wir schon 112 und es geht weiter also ich kann noch nicht viel wirklich zu addon sagen ich hatte zwar ein beta key ich habe fast zu jenen addon ein beta key gehabt aber ich habe sie teilweise nie gespielt außer zu legion habe ich es gespielt um zu testen mit welchen schar ich weiter spiele habe ich auch nur die feuerprobe gemacht da bin ich ehrlich ich habe nichts anderes gemacht ich bin direkt in der feuerprobe mit meinen schar rein und zu gucken was ich als nächstes als was ich als nächstes spielen werde so hier runter hier unter hier können wir auch eine aufgabe abgeben oder genau hier ist auch eine aufgabe zum abgeben sandala ist immer da was hat euer aufgabe zum schiff ich dienen den sandalari ich sag bin ich mal bescheid dass ihr die signale ok na komm dann machen wir das noch bevor wir zu pestrufer gehen was ist gar nicht was wir machen wir hatten später hat fliegt er uns denn hin fliegt uns jetzt hier hin segen des siegels sendet das siegel ok aber ihr seht wir haben ja noch ein zwei drei vier fünf sechs sieben richtig viele aufgaben zu erfüllen was sagt eigentlich unser questlock fünf von sieben aber wir machen sowieso das ganze land erst fertig ist egal skalieren sowieso mit uns aufgaben das ist also hier ist schon mal ein flugpunkt das schon mal schön guten tag redet mit mir man sieht sich besorgt den schlüssel der rüstungsmeisterin seit vorsichtig man da gibt es erst mal was und herz oder so erz oder für dich das ist die sind aber diesmal so getan das muss ich sagen so bringt den schlüssel gut den holen wir uns mal schnell wo ist denn der schlüssel jeder und okay da ist er doch die gute sondern wollen wir mal ein bisschen was reinwerfen und sie killen denn los sind ja auch immer zu viele ich muss zuerst etwas anvisieren also nicht lieber doch das ist wie die tante die wir brauchen ich brauche ein ziel hier gibt es hier geht es noch geht es hier noch weiter runter ja hier geht es weiter runter das war mal ein neues schiff modell würde ich sagen irgendwo noch ein schatz dich besiegen das war gerade doch ein bisschen viel ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren du bist denn hier der schatz wo ist jeder schatz ich glaube ich der sein über unseren hier unten vielleicht nochmal gucken ach ist aber auch egal ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wir sehen uns in der nächsten folge morgen ihr wisst es um 10 uhr begleitet mich auf den weg zu level 110 irgendwas greift uns an das stört mich gerade aber wo ja mach mal so wir sehen uns morgen bis dahin auf wiedersehen und tschüss bei bürger im lp auf wiedersehen bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin